Bin ich da? Ja, du bist da. Äh, bitte. Wir fangen ganz von vorne an. Genau, das ist eine komplett neue Kampagne. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Broforce. Wir spielen heute mit dem Brominator Brobin. Ich bin euer Bromonowolf. Und ich muss erstmal gucken, wie meine Steuerung funktioniert. Und wo ich überhaupt, verdammt, nochmal bin. Ach, da bin ich. Wer zum Teufel bin ich? Ja, was? Oh, auf, auf! MacGyver. Bis. Yeah. Bro, Bro, Guyver. Bro, Guyver? Ja, Bro, Guyver. Come on, Bro. Ah, hier ist ein Gefangener. Ich befreie ihn. Besserer, Bro. Oha. Also wenn ich dich erwische, dann tut mir das echt leid. Und Brobo. Nee. Bambo. Nee, 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 nee. Bambo. 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 Bombeere. Yo. Ohja. Ey, nein, Profi! Du Sack. Feuer wenn ready. Feuer, ich hab geschossen. Du musst auch noch Feuer drücken. Ja. Genau. Oh geil, ich bin der Brominator. Nee, nicht der Brominator. Der Brodator. Ich bin Braid. Nein, du bist Mr. Bro. Nein, du bist Mr. Bro. Nee, nee, Brayton. Nee, Quatsch. Scheiße, wo bin ich gedanklich? Du bist Mr. fucking Mr. T bist du. Oh mein Gott! Ich dachte, ich komm da rüber. Ich hab ne Kettensäge! Ja, ja. Oh Gott! Was, also irgendwie hast du's heute mit dem Sterben, kann das sein? Ey, das war ausnahmsweise, das kann mal passieren. Im besten passiert so. Boah, jetzt bin ich Mad Max. Passend zu. Ah! Zum Kinofilm den neuen. Jetzt bin ich Brayton! Yeah! Amerika! Amerika! Erika! Ja, immer wieder plopst du da mal so auf. Ja, diese ätzende Tuse, die ist aus irgendein Trashfilm. Die hat ne Maschinenpistole als Bein. Oh, du bist Promo, Bro! Ich war. Ja. Scheiß. Ich wollte eigentlich springen. Hallo! Das ist echt ein fieses Level, weil da diese scheiß Kisten auf sich fallen können. Ja, ich bin zwei. Ja, du bist zwei. Und wenn du jetzt deine Spezialattacke auf B drückst, dann hast du sogar drei. Aber wer zum Teufel ist das eigentlich? Die kenne ich absolut nicht. Ich weiß nicht, wer die sind. Die kenne ich leider nicht. Nein! Ich versuche nach oben zu kommen. Los, wir müssen... Ach, Mann. Nee! Ah, ich hab überlebt. Unglaublich. Gib dir den euren Bro. Wo bin ich? Du Unendlichkeit und Führer. Ach, da bin ich. Du bist Bro in Black. Bro in Black. Wo steht das eigentlich? Das würde ich gerne mal irgendwo lesen. Ja, ich glaub das steht nur, wenn du das in der normalen Kampagne einfach so falsch haltest. Jetzt bist du Bro in der... Bro in der Broker. Ach, da steht's. Okay. Bro in der Broker. Mein Gott, ah! Nein, nein! Nein, 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 nein! Du bist so falsch! Du bist so falsch! Yo, Bro! Von wegen, Bro! Du hast mich getötet, Bro! Wie nenn ich dich jetzt eigentlich? Nenn ich dich jetzt Brobin oder Robro? Ja, Broinst3 ist eigentlich ziemlich lustig. Ja, Brobe Bro見 ist eigentlich ziemlich lustig. Oh, nee, jetzt ist der Broinenator. Na, 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 na na. Das Isiche! Vergeltung! Ab trumpet! Ne, nee, nee! Oh, gotta multiply! Ja, aufíss. Ey, kann der nur mit der Faust schlagen? Ja! Ja, ich bin Indianah Drowneds! Eyh, du meinst Indianah웠pmaps! Hals dich zu Tode! Los Sklave! Nee 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 nee! Hey! Nee 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 nee! Du bist fucking Chuck Norris! Wir können uns jetzt noch was besiegen! So geil wie die Schweine! Kann ich auch mit meinem Bart schlagen? Das wär geil! Nein, leider nicht! Da hab ich eine Faust in meinem Bart verschreckt! Weg dich! Nein! Du lebst doch! Verdammt! Yeah! Oh, schon erstes Capit abgeschlossen! Los! Lines! Ja, so episch! Ich hab mir grad eben im Steam Summer Salvers geholt! Was denn? Ich hab mir zum einen das Steam's geholt! Kennst du das? Wie nochmal? Besieged! Das hast du bestimmt von PewDiePie schon gesehen! Besieged! Ah, ne du meinst Besieged! Genau das mit den Katapulten! Ja ja! Oh ja, das ist geil! Lassen wir uns an ein Angebot für 6 Euro, glaub ich! Oh, das... Ey, vielleicht holt mir das auch mal! Das wär schon ziemlich nice! Ja, das fand ich so cool! Ich dachte, komm, ich hol's dir einfach mal! Das kostet ja nicht so viel! Und, äh, was hab ich denn noch geholt? Battlefield! Bad Company 2! Das fand ich schon immer geil! Weil ich unbedingt mal hab! Ja, bei Battlefield, da kann ich mich nicht so richtig mit anfreunden! Ja gut! Ich hab's... Den zwar als Bad Company 2, das fand ich schon immer ziemlich geil! Naaah! Find ich auch einfach! Ah! Du bist Hackfleisch geworden! Äh, nur so'n bisschen! Man könnte grad meinen, mich hätte irgendwie so'n... Raketenbetriebenes Fass irgendwie erschlagen oder so! Das hab' ich angeschossen! Guck mal, der riecht dein Hand! Hehehehe! ETH! Jack Bauer! Guck mal! Ah, ja, ähm... Ausstieg langsam! Ja, genau! Wow, einer der geilsten Actionfilme überhaupt! Ja! Nö 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 nö! Hey! Nö 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 nö! Hey! Los, Brobin! Mach hier nieder! Sorry, da war grad mein, äh... Vater! Los, Bienen! Also Richter mit den Bienen hat dir nichts gebracht. Oh ne, jetzt bin ich die Duse von Kill Bill. Also wenn ich mir jetzt mal gestehen darf, ich hab den Film noch nie gesehen. Ja, Juma Furman ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Duse. Jetzt bin ich cool, ich bin Medic. Jetzt kann ich dich wiederbeleben, falls du... Ich bin Braid. Jo, Jo Bro. Warte mal, ich hab was cooles, guck mal. Ich kann jetzt meine eigenen toten Leute wiederbeleben und die schießen jetzt mit mir. Ich kann jetzt 2 Charaktere haben, wie episch ist das denn? Ey da oben, hol dir noch einen, Bro. Bro, Bro. 4 Charaktere, ach du heilige Scheiße. Was soll uns jetzt noch aufhalten? Was wirklich so? Ah. Bist du gerade gestorben? Nein. Eine Einheit. Eine Einheit, Jungs. Mädels. Nein, 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 nein. Hey. Nein, Juma Furman ist gestorben. Kein Problem. Bleiben wir sie wieder. Warte mal, bin ich hier? Ah, ich bin der aus Klapperschlange. Ja, genau. Hier der Klapperschlangenkirch. Lass dir den mal gesehen. Klapperschlangenkirch. Ja, der Film heißt eben Klapperschlange. Weiß es nicht. Aus dem Film aus den 80ern ziemlich geil. Sollst du dich mal angucken. Alle Verbrecher werden in die Stadt geschmissen und müssen gucken wie sie da überleben. Ja. Cool. Ah ja, wieder Mad Max. Bam. Fress meine Feuer-Shotgun. Wie auch immer ich alle nachfallen. Ehhhhh. Fack. Ehhhhh. Ehhhhh. Ich will der Kett hoch. Gieß dich einfach durch. Juhu. Ahhhh. Kettensäge. Ah, du bist... Das ist aber aus einem Horrorfilm. Das ist aber kein Actionfilm. Echt? Der mit der Kettensäge, das ist der aus Evil Dead, oder nicht? Ja. Hier, die Duse, die ist so ätzend. Los! Töte, töte, töte! Bin ich tot. Ja, so meine ich das eigentlich nicht. Ah, ich weiß wer ich jetzt bin. Hier, die zwei Kerle. Das ist aus der blutigen Fahrt Gottes, ne? Ach, deswegen das Kreuz. Okay. Okay, jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Ahhhh. Ahhhh. Hehehe. Ich will euch jetzt einen. Ecken-Truh fahren. Los! Ha, Idiot! Von der Mutter gesprungen. Oh Gott. Oh Gott. Drute hart und brutzelt so ein bisschen. Och nee. Ich wurde erschlagen. Ernsthaft. Ah, bist du Machete? Ja, ich bin Danny Trejo. Der einzig wahre Mexikaner. HKe skub du T Stewart holt Ortu jugar. Wetter schub ich auf die Schildkräfte. Oh, eingemser. Ja aber hallo. Bam bam Ich will unbedingt wieder den ew. Bradley.... Bro..den Brodator eben. Den Brodator will ich den wieder haben. Neiin! Oh... Hat er mich gerade gedötet? Ich bin Brominator. Achso, du bist Brominator. Ich dachte gerade, ich wäre das. Wow, mein Gott, das ist ein Rückschlag hier. Das hat einen fiesen Rückschlag, aber das coole ist, das kannst du benutzen, um dich vorzubewegen. Ja, ich seh's. Immer so von links nach rechts und dann... LOL. Ich habe die Hunde erwischt. Die sind von oben runtergefallen. Oh, ich muss die Leute mit meinem Ding schlagen. Nein, wusste nicht. Ich wusste definitiv nicht. Ich sollte vielleicht das Spiel ernst nehmen. Nein! Das war... Das hast du mit Absicht gemacht. Oh no no! Oh, ins Gesicht! Boomy in your face. Oh ja! Ah, ah, ah! Was... Was tust du da? Wo bin ich denn jetzt? Was aus unserem so- Ah genau, Jujjain. Der ist aber ziemlich, ziemlich... Mann, war das männlich! Wer bin ich jetzt? Ja! Ja! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Aber ich lebe noch! Er hat so einen gegen seinen Speer! Der geht so ab! Damn! Ich bin tot! Einfach alles zerhackstücke! Der hackstückelnde Zerhacker! Gibt's dann hier auch... Der Fleischhassende Zerhacker? Ja! Die Oberförderung! Da wird was passiert! Was wolltest du sagen? Ach verdammt! Ja! 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 Ich sollte mich mal mehr auf das Spiel konzentrieren! Ganz klar! Oh! Bossgegner? Ja! Der erste Boss! Was? Hä? Was? Was war das denn? Wo bist du denn? Ich würde dich ganz gerne jetzt wiederbeleben! Ah! Ich bin Chuck! Chuck fucking Norris! Oh mein Gott! Aua! Robo! Rambo! Rambo! Bernd der Rambo! Aua! So! Jetzt muss man mal gucken! Kann man den von hier oben stellen? Kannst du hier unten noch irgendwo mal aufploppen oder so? Kannst du noch mal für dich? Nein! Äh! Nee! Ich muss höchstens... Du könntest einen Gefangenen bringen! Gefangenen Bro! Aber da haben wir glaube ich schon alle aufgebraucht! Ja! 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 Epischer Bossfight! Haha! Das ist eben diese Bossfight-Düde auf hier! Auf jeden Fall! Haha! 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 So wird gespielt! Ja, das war's. 3, 2, 1, GO! Ah!